Also wir sind jetzt hier auf der Hängebrücke, Highline 179 und ich muss sagen, die wackelt doch ganz schön. Ja, ganz schön wackelig hier oben. Ja, jetzt stehen wir hier genau über die Fernpassverbindung in Österreich. Wir wollen hier die Burken noch besichtigen. Ja, und hier unten, da geht's ziemlich tief runter. Besser schaut man nicht durch die Gitterroste. Da sind die Segelflieger schon unter uns. Da kommen wir nochmal zurück.